Um im virtuellen Absicherungsprozess über Unternehmensgrenzen hinweg arbeiten und die funktionale Sicherheit nachweisen zu können, benötigt es viel Expertise. In diesen hochkomplexen Prozessen benötigen wir außerdem eine smarte Tool-Unterstützung sowie neutrale Formate, um alle notwendigen Informationen über die Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg austauschen zu können. Eine Anwendung von OpenCLM unterstützt auch den Austausch von Informationen über SSP. SSP steht dabei für System Structure and Parametrization und ist ein XML-basierter Standard, um Modellinformationen, Parametersätze, Metadaten und Prozessinformationen in einem neutralen Format auszutauschen. So bekommt ein Zulieferer die von ihm benötigten Informationen nicht in einem fehleranfälligen Excel-Sheet, sondern in einem neutralen Container. Er kann diesen Container bei sich einlesen, er kann an den Informationen weiterarbeiten und er kann das Ergebnis auch wieder exportieren und an seinen Kunden zurückschicken. OpenCLM unterstützt diesen verlässlichen Datenaustausch vollumfänglich und damit das auch immer wichtiger werdende Thema der Nachweisführung. Und so geht funktionale Sicherheit mit OpenCLM.